Mein Name ist Erik Stranzenbach und habe einen Maler- und Lackiererbetrieb in Wiel. Neben den normalen Malerarbeiten, die wir ausführen, haben wir ganz besonders den Lehmputz ausgesucht und die Kalkputze, weil es natürliche Produkte sind, die ohne Konservierungsstoffe auskommen und trotzdem dekorativ sehr gut einzusetzen sind. Lehmputze von Nesando, die wir verarbeiten, sind in 620 Farben lieferbar und es gibt viele Zuschlagstoffe, die die Dekoration noch unterstützen. Lehmputz ist ein natürliches Material, was Feuchtigkeit aufnehmen kann und abgeben kann. Das heißt, es reguliert das Raumklima. Uns ist wichtig, eine ehrliche Beratung, Vertrauen zu schaffen, eine individuelle Raumgestaltung. Das, was nicht jeder hat. Mit Kalkputzen ist dieses möglich. Wir haben verschiedene Strukturen, verschiedene Farben, verschiedene Möglichkeiten, eine individuelle Wandgestaltung ihnen zu ermöglichen. Das fugenlose Bad heißt, wir finden einen Raum vor, der dann von uns abgedichtet wird und dann mit einem Mikrozement- oder Kalkputz versehen wird und anschließend lackiert wird. Der Riesenvorteil dieses Putzes ist, wir kommen ganz ohne Fugen aus und haben zusätzlich noch Elemente und Bauteile, die wir gleichzeitig auch mit dem Putz versehen können. Die Ceiling-Decke ist eine Spanndecke, die bei hoher Temperatur unter die Decke gebracht wird, anschließend in glänzend, seidenglänzend oder in matt gespannt werden kann. Und weil sie antistatisch ist, haben sie viele Jahre Freude an dieser Decke. Also warum sollten gerade Lehm- und Kalkputze eingesetzt werden? Es sind Putze, die vorhanden sind. Das Material ist vorhanden. Es ist auch Zukunftsdenken, weil das sind Ressourcen, die nicht extra verbraucht werden müssen.